4,4 Sekunden, die gebrauchte Zeit. Dann geht's weiter mit Lahnstein, gekürt. Der Hengst vom Levistano und Adelante 1, sieben Jahre jung. Deutsches Sportpferd aus dem sächsischen Landgestütz zu Moritzburg. Mit André Stude im Sattel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Spitze, die beiden Strafpunktfrei. 36,61 Sekunden in Phase 2. Das bedeutet erstmal die Führung. Und das kann man schon mal sagen, die sächsischen Landbeschäler, die springen hier in Hasum, aber vom Feinsten. La Lotta, die hannoverische Tochter des ZDF.